Aufgemuckt. Die Musik- und Kunstprivat-Universität der Stadt Wien auf Radio Klassik Stefansdor. Eine Sendung von Marion Aigling. Der Internationale Musikverein zur Förderung hochbegabter Kinder, kurz IMF, veranstaltet seit 2017 unter der Leitung von Leona König jährlich den Klassik-Musikförderpreis Goldene Note. Die MUC ist Kooperationspartnerin. Gleich drei MUC-Studierende haben es ins Finale des Klassik-Förderpreises Goldene Note geschafft. Einer von ihnen ist Samuel Neubauer, Jahrgang 2006. Er geht in Korneuburg ins Gymnasium in die sechste Klasse und ist seit dem Vorjahr im Vorbereitungslehrgang bei Professor Reinhard Wieser. Die beiden sind zu Gast in der heutigen Ausgabe von Aufgemuckt. Eine Premiere ist es heute auf Radio Klassik Stefansdor. Der jüngste MUC-Gast, den wir im Studio haben, Samuel Neubauer. Herzlich Willkommen mit Professor Reinhard Wieser. Ein sehr spannender Anlass, ein Wettbewerb, die Goldene Note. Wir sprechen über den Wettbewerb, wir sprechen über die Spannung davor, die Situation, wie man sich fühlt, wie man vorbereitet wird, wie man mit dem ganzen Rummel umgeht. Aber zunächst mal bitte eine Vorstellungsrunde. Hallo, ich bin der Samuel, ich bin 15 Jahre alt. Ich studiere jetzt mittlerweile mein zweites Semester an der MUC und es macht mir wahnsinnig viel Freude, Clarinette zu spielen. Und es bereitet mir einfach so viele neue Möglichkeiten und Wege, nicht nur durch Studienkollegen, sondern auch musikalisch viel mehr Möglichkeiten. Und ich bin echt froh, den Weg gegangen zu sein. Ja, ich bin Reinhard Wieser, bin der Lehrer vom Samuel Neubauer. Wir haben ihn vor einem Jahr nach einer sehr guten Zulassungsprüfung in den Vorbereitungslehrgang aufgenommen. Und er hat sich dann, ohne viel darüber zu reden, bei manch anderen Wettbewerben auch, aber eben auch bei der Goldenen Note beworben. Und das ist auch so ein bisschen eine Premiere, weil die Goldenen Note hat heuer zum ersten Mal eine Bläser-Kategorie, also Flöte Clarinette. Und da ist das einmal gleich ins Finale gekommen, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Vorbereitungslehrgang, 15 Jahre, das ist so das übliche Alter, das Sie betreuen, oder normal älter? Das ist eher schon die Unterkante. Also normal erfangen wir so, ist mit 17, 18 ein Jahr Vorbereitungslehrgang. Also idealerweise haben Bachelorstudenten schon die Matura, aber eben in Sonderfällen, wenn das Talent bei den Ohren rausquillt, dann müssen wir früher zuschlagen, sozusagen, oder wollen wir früher zuschlagen. Und dann machen wir ein bisschen ein flexibleres Vorbereitungsprogramm, ohne die Ergänzungsfächer, die dann erst später im Bachelorstudium dazukommen. Aber irgendwie kriegen wir das hin. Samuel, wie fügt sich gerade das Studium, der Vorbereitungslehrgang zur Schule dazu? Es wird teilweise wirklich schon sehr, sehr viel. Und vor allem, ich konzentriere mich hauptsächlich auf Musik und auf Üben. Aber dadurch, dass ich auch drei Geschwister habe und vor allem meine Schwester wirklich sehr gut in der Schule war und ist, bin ich natürlich auch dazu, oder ich fühle mich nicht verpflichtet, aber ich bin dazu angespannt, auch gute Leistungen zu erbringen. Und von dem her wird es oft schon relativ knapp und auch einen Tag sehr lange. Sechste Klasse. Und es gibt eine familiäre Vorbelastung, unter Anführungszeichen, was die Klarinette betrifft. Genau, also mein Papa, ich habe es von meinem Papa beigebracht bekommen. Papa spielt selber Klarinette und ist Klarinettist an der Wiener Staatshooper. Und es ist recht lustig dazu gekommen, wie ich zum Klarinettespielen begonnen habe. Ich habe mit der Blockflöte begonnen und bin dann ungefähr ein, zwei Jahre später, mit sechs Jahren, auf eine Essklarinette gestoßen, die bei uns im Wohnzimmer auf dem Couchtisch gelegen ist. Und die habe ich mir dann mal geschnappt und einfach mal ein bisschen noch umprobiert. Es sind zwar keine schöne Klänge herausgekommen, aber es war meine erste Erfahrung mit der Klarinette. Und kurze Zeit später, ungefähr ein halbes Jahr später oder so, habe ich meine erste Klarinette bekommen und ich habe begonnen, Klarinette zu spielen. Herr Professor Wieser, wie ist es, wenn man, natürlich es ist ja eine Klarinettenfamilie, unter Anführungszeichen, auch in Wien, man kennt einander, wenn man den Sohn eines Kollegen bekommt, den man wahrscheinlich schon lange kennt, man kennt den Vater. Ja, das ist wunderschön in diesem speziellen Fall, weil ich den Stefan Neubau wirklich schon sehr lange kenne. Und wir haben auch schon Konzerte gemeinsam gespielt und sind einfach Kollegen und Freunde, die sich sehr schätzen gegenseitig. Und das hat sich eben wunderbar ergeben mit dem Samuel. Und wir haben beim Burgauer Kultursommer gemeinsam, auch mit dem Samuel, gemeinsam ein Konzert gespielt und so. Und so habe ich den Samuel auch so ein bisschen wirklich kennengelernt. Und dann haben wir eben Vorspieltermine ausgemacht. Und das ist schon sehr angenehm, wenn die Familie das so unterstützt. Auch die Mama vom Samuel unterrichtet Geige an der Musikschule. Also ist da wirklich ein großes Verständnis für Musik da. Und es spielen auch zwei meiner Kinder Klarinette und Flöte auch. Und es ist da schon, die machen das nicht so professionell. Aber ich muss mir Klarinetten am Wohnzimmertisch herumliegen lassen, das sehe ich jetzt schon. Dann geht das von selber. Weil das Lustige ist ja, dass man ja normal nicht auf eine S-Klarinette anfängt. Die ist nämlich sehr, sehr schwer. Das ist eine ganz kleine Klarinette, bringt mir sehr schwer auch einen Ton raus. Aber irgendwas muss da richtig gelaufen sein beim Samuel, natürlich. Aber irgendwas muss da richtig gelaufen sein. Und das ist ja, dass man ja normal nicht auf eine S-Klarinette anfängt. Das ist ja, dass man ja normal nicht auf eine S-Klarinette anfängt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das ist das, was auch dem Samuel und mir bei der Organisation von Üben oder von Vorbereitung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann gibt es nur mehr mich, die Klarinette und die Schirie Und jetzt hören wir Samuel Neubauer mit Musik von Darius Millot, Brasileira aus der Scaramouche Suite Op. 165b, am Klavier Irene Selelio. Musik 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 Skaramouche, warum spielst du dieses Stück beim Finale? Musik 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 veranstaltet seit 2017 unter der Leitung von Leona König jährlich den Klassik-Musikförderpreis Goldene Note. Die Muck ist Kooperationspartnerin. Höchst professionell sei alles organisiert und mit viel Engagement und Herz durchgeführt, betonen meine Studiogäste. Wo möchtest du einmal hin mit deinem Instrument? Ich möchte auf jeden Fall Menschen Freude bereiten mit meiner Musik. Ich habe jetzt keinen wirklich konkreten Wunsch. Mich würde es wahnsinnig freuen, Orchestermusiker zu werden. Natürlich würde ich auch, mich würde es auch natürlich sehr freuen, eine Solokurriere zu starten, was nicht vielen Leuten gegönnt wird oder was nicht viele Leute schaffen. Aber vielleicht ist es auch gut, sich als Ziel zu setzen und darauf hinzuarbeiten. Und natürlich kommt immer, es gibt super Musiker, die vielleicht nicht immer entdeckt werden. Und da gehört halt eben oft auch ein Händchen mit voll Glück dazu. Und ich schaue einfach, wohin mich mein Weg führt. Ich will mir meinen, wo sich Türen schließen, werden sich andere Türen öffnen. Und von dem her will ich schauen, dass ich meinen Weg gehe. Was passiert, das kann ich dann immer selber entscheiden. Ich habe jetzt nicht einen konkreten Wunsch. Und wenn sich der nicht erfüllt, dann wäre ich unglaublich traurig. Sondern ich schaue einfach, dass ich meinen Weg gehen kann. Und irgendwo werde ich schon mal landen. Aber dein Plan ist jetzt schon mal Matura und ein Musikstudium. Auf jeden Fall, also Matura. Ich möchte noch die zwei Jahre irgendwie durchbekommen. Ich will jetzt keine schlechten Leistungen erbringen. Aber ich möchte schauen, dass ich zufrieden bin, wie ich meine Schulkarriere abschließe. Und dann mit vollem Fokus ins Musikerleben einsteigen kann. Was die Musikwünsche meiner Gäste betrifft, konzentriert sich Samuel Neubauer vor allem auf den Wiener Klarinettenklang. Er hat Peter Schmiedl vorgeschlagen mit Mozarts Klarinettenkonzert unter Leonard Bernstein oder Brahms mit Karel Leister. Untertitelung des ZDF, 2020 Johannes Brahms, der Beginn des zweiten Satzes aus der zweiten Klarinettensonate, Karel Leister und David Levine. Der Wiener Klarinettenklang? Der ist der schönste der Welt natürlich. Wie gibt man den weiter? Ja, mit dem richtigen Material. Also wir sind ständig am Probieren, um das Material noch weiter zu verbessern. Also die Mundstücke, die Blätter, die Instrumente. Da nerven wir ständig unsere Instrumentenbauer. Das ist die eine Frage. Und das andere findet so ein bisschen im Kopf statt, wenn man die Vorbilder, die der Samuel gerade genannt hat, ich möchte noch Alfred Prinz, meinen Lehrer, dazufügen, und viele andere. Aber das ist sozusagen unsere Wiege im Klang. Aber wir wollen da nicht stehen bleiben. Und eben suchen, also die Klarinette hat als Solo-Instrument in den letzten, sagen wir mal 30, 40 Jahren oder 30 Jahren vielleicht einen Siegeszug hingelegt, der ihresgleichen, wenn man von der Klarinette reden sucht. Und das ist ja eine ständige Inspiration. Egal ob man jetzt von Alessandro Carbonari oder von Martin Fröst oder von Matthias Schorn bei den Wiener Philharmonikern, von der Ottensamer Familie redet, da wird überall auf allerhöchstem Niveau Klarinette gespielt, ob aus Abelsolo oder bei Orchester. Und es ist einfach eine ständige Herausforderung und eine wunderschöne, das weiterzuführen irgendwo. Also für mich bei Orchester und Kammermusik oder wenn man mal ein Mozart-Konzert spielt, für die junge Generation mehr Richtung zeitgenössische Musik. Immer auf einer guten Grundausbildung sozusagen basierend, gibt es da Möglichkeiten wirklich ohne Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 Möglichkeiten ohne Ende, hat Reinhard Wieser gesagt. Die Klarinette und die Volksmusik zum Beispiel. Dorfschwalben, Musik der Familie Strauß. Die Musikliste von Reinhard Wieser würde diese Sendung um vieles sprengen. Darauf findet sich Kläsmermusik. Eva Cassidy, Verdi mit Viason, soll heißen die Stimme als Inspirationsgeber. Mozarts Parto Partoaria aus dem Titus. Oder Jazz, Ben Redwine. Mit dem möchten wir dann die Sendung ausklingen lassen. Es gibt mittlerweile einen sehr großen Markt für Klarinetten-Ensembles, den auch viele Kollegen mitgestaltet haben. Und das stellt vor allem Anforderungen an den Unterricht, weil wir sind jetzt gerade dabei, ein Ensemble wieder auf die Beine zu stellen für den nächsten Wettbewerb, für den Franz-Zschibulker-Wettbewerb im Herbst. Und allein das alles vorzubereiten, ist schon ziemlich viel Zeit. Und muss auch fundiert geschehen, weil man kann ja nicht sagen, man spielt halt irgendwas, sondern es muss auch wirklich passen auf die Studierenden, auf den Jüngeren, auf den Eltern, auf den Älteren oder auf ein Ensemble. Und das ist eine ständige Herausforderung, eine wunderschöne Herausforderung. Das ist für mich das Zentrum irgendwo der Lehrtätigkeit, dass man da nicht stehen bleibt, dass man als Lehrer nicht stehen bleibt und auch als junger Mensch nicht stehen bleibt. Das ist für mich das Zentrum. Das ist für mich das Zentrum. Das ist für mich das Zentrum. Zu Gast im heutigen Aufgemuckt waren zwei Klarinettisten, der junge Samuel Neubauer, Finalist beim Klassikförderpreis Goldene Note und sein Muck-Professor Reinhard Wieser.